Das Bundesgymnasium Lustenau hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche zu kritischen und selbstbewussten Menschen zu erziehen, ihre Interessen und Begabungen zu fördern und sie umfassend zu bilden. Die Sprache nimmt einen hohen Stellenwert ein, neben Englisch, Französisch oder Spanisch und Latein, wird ab der sechsten Klasse Russisch als Wahlpflichtfach eingeboten. Jugendliche mit Sprachdefiziten werden gezielt gefördert. Sprachtalente werden erfolgreich auf Wettbewerbe und Sprachzertifikate vorbereitet. Ein Team von Oberstufenschülerinnen und Schülern, die sogenannten Obstler, betreut die Erstklässler, hilft ihnen beim Einstieg in die Schule und begleitet sie ein Jahr lang. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang untereinander und mit den Lehrpersonen wird gepflegt. Für die körperliche und geistige Gesundheit gibt es Bewegungsanreize in den Gängen und Sporteinrichtungen in unmittelbarer Umgebung. Das Team der Lebenshilfe garantiert gesunde Ernährung durch frisch zubereitete Speisen. Dabei helfen die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen im Rahmen des Kantinenpraktikums engagiert mit. In offenen Unterrichtsformen wie Freiarbeit oder themenzentriertem Unterricht werden Selbstständigkeit und vernetztes Denken, Teamarbeit und Lösungskompetenz gefördert. Dafür stehen zusätzlich zu den Klassenräumen Lernpavillons zur Verfügung. Bereits in der Unterstufe werden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Methodentrainings im Verfassen von Texten und in Präsentationstechniken geschult und somit optimal auf die Reifeprüfung und das Studium vorbereitet. Das Projekt Preview bietet den siebten Klassen einen Einstieg in die Theorie und Praxis der Arbeitswelt. Die Inhalte und Erfahrungen einer Arbeitswoche in einem Betrieb eigener Wahl sind wichtige Impulse für die spätere Studien- und Berufsentscheidung.